Hallo, schön, dass Sie sich für das biotechnologische Gymnasium interessieren. Die folgende kleine Präsentation soll Ihnen einen Eindruck vermitteln, was Sie bei uns erwartet. Am biotechnologischen Gymnasium lernen Sie alle Schritte kennen, die für die Herstellung eines gentechnischen Medikaments notwendig sind. Natürlich sind dafür viele einzelne Schritte notwendig, für die wir aber drei ganze Schuljahre Zeit haben. Die Eingangsklasse beinhaltet vor allem genauere Einblicke in die Funktionen einer Zelle und über die Bestandteile einer Zelle. Dabei gehen wir nach und nach über das hinaus, was Sie bereits aus der Mittelstufe kennen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt darauf, wie die in der DNA gespeicherte Information als Bauplan für die Herstellung der Proteine dient. Natürlich erfahren Sie dann auch an unterschiedlichen Beispielen, was die Aufgabe dieser Proteine in oder außerhalb der Zelle sein kann. Den Umgang mit Forschungsmikroskopen lernen Sie in der Theorie und auch im Praktikum kennen. Dort erlernen Sie auch grundlegende Techniken der Molekularbiologie. In der Jahrgangsstufe 1 liegt der Fokus auf der Genetik. Veränderungen des Erbguts werden als Ursache von Erbkrankheiten und auch für die Entstehung von Krebs dargestellt. Gentechnische Methoden zur Veränderung und Analyse der DNA werden theoretisch eingeführt und sind Teil des zugehörigen Praktikums. In der Jahrgangsstufe 2 lernen wir anhand der energetischen Verwertung von Glucose Prinzipien des Stoffwechsels von Zellen kennen. Aus diesem Wissen leiten wir dann die passende Prozessführung für das abschließende Thema unserer Biotechnologiekurse, die biotechnologische Produktion im Bioreaktor, ab. Im Praktikum wird dann ein Modellexperiment mit dem Bioreaktor durchgeführt und ein biotechnologisches Produkt hergestellt. Schüler des Biotechnologischen Gymnasiums erhalten im Anschluss die allgemeine Hochschulreife und können jede Fachrichtung studieren. Aufgrund der gelegten Schwerpunkte sind sie gut auf ein naturwissenschaftliches Studium vorbereitet. Besonders positive Rückmeldungen erhalten wir von Schülern, die sich für Studiengänge aus dem Life Sciences Bereich entschieden haben. Um Spaß am Biotechnologischen Gymnasium zu haben, sollten Sie Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern, insbesondere für Biologie und Chemie mitbringen. Die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen für berufliche Gymnasien ist natürlich Pflicht. Vielen Dank für Ihr Interesse am Biotechnologischen Gymnasium der Mildred Schildschule. Wir würden uns freuen, Sie im kommenden Jahr bei uns begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für Ihr Interesse am Biotechnologischen Gymnasium. Vielen Dank für Ihr Interesse.